A, B? Ach komm, scheiß drauf! Und mein EQ 69, vom 6Q, also nicht brech. Sie steht vor mir und sie sagt, man nennt sie super aus. Halt lieber deinen Rand, denn da kommt nur Scheiße raus. Trotzdem ruft sie morgen an, denn ich seh so klasse aus. Ich verdrehe den Verstand, sie schläft nackt auf meinem Bauch. Und A, B, C war Doppel D. Mich scheißegal, nimm mich durch Analphabet. Und mein EQ 69, vom 6Q, also nicht brech. Kennt kein A, B, C, nur Doppel D. Mich scheißegal, nimm mich durch Analphabet. Und mein EQ 69, vom 6Q, also nicht brech. Und die Frau an meiner Seite ist ne 10 von 10. Doch hab mir auch für mein Schiff, so will ich nach Hause gehen. Wir kommen gerade mal zur Tür rein und sie ist schon nackt. Warum ist sie denn nicht schwanger? Hab doch aufgepasst! Ich kenn kein A, B, C, nur Doppel D. Mir scheißegal, nimm mich ruhig Analphabet. Du Schwein! Und mein EQ 69, vom 6Q, also nicht brech. Ich kenn kein A, B, C, nur Doppel D. Mir scheißegal, nimm mich ruhig Analphabet. Du Schwein! Und mein EQ 69, vom 6Q, also nicht brech. Yippie! Jippie! Weiamo 89, vom 5Q. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.